So Leute, wir werden jetzt trennen und verbinden einmal aufnehmen und dann könnt ihr euch das Video angucken bis zur totalen Erschöpfung. Dafür habe ich jemanden vorbereitet, nämlich den Murat. Hallo Murat. Hallo Teilnehmer. So, wir sind mit dem Fahren fertig. Der Prüfer sagt trennen. Gut, dazu die Handbremse angezogen, Licht ausgemacht, abstallen, die Tür aufmachen, mit dem Arsch vorweg aussteigen, rechts und links festhalten, nicht am Lenkrad festhalten, die Tür wieder zumachen, anschließend mir folgen. Mir folgen, hallo hier, Kameramann. So, das Erste, was wir machen müssen, hier am LKW-Anhänger, wir müssen den roten Buzzer ziehen, damit der Anhänger gebremst wird. Ziehen. So, Kameramann, komm her. Guck mal hier, kannst du nochmal erkennen, was was bedeutet. Ziehen bedeutet bremsen, drücken bedeutet Bremse gelöst. Das ist nämlich jetzt die Handbremse. Gut, dann haben wir hier die Unterlichtkeile. Wir nehmen die Unterlichtkeile und packen sie dann vor und hinter ein Rad. Je nachdem, wie du gerade stehst. Stehst du in der Steigung dann dementsprechend. Ich glaube, das brauche ich nicht zu erklären, aber das ist hier so eine ebene Fläche, deswegen vor und hinter. Dabei ist Folgendes noch zu beachten. Grundsätzlich gilt es eigentlich immer, dass wir Unterlichtkeile immer so anbringen, dass wir mit dem Arsch nicht im fließenden Verkehr stößen. Das heißt, auf der anderen Seite macht mehr Sinn. Jetzt haben wir es hier, ist aber kein Problem. Dann mitkommen, Kameramann mitkommen. Wir gehen den kompletten Weg jetzt hier. Und das nächste, was wir machen müssen, ist unseren Stützbein runterkurbeln. Genau, dann achtet auf die Hände nochmal. Hier bitte mit offener Hand dagegen schlagen, ansonsten sind die Finger nämlich eingeklemmt. Anschließend rausziehen, sodass diese Welle hier draußen ist. Einmal gezogen, dann kannst du runterkurbeln. Und jetzt ist es richtig, Kameramann, komm mal her. Hier ran, hier ran. Und jetzt guck mal in diese Richtung. Er geht jetzt runter mit dem Bein und hebt das ganze Fahrzeug hoch. Und jetzt komm mal hier hin. Die Öse hier muss einen Zentimeter noch nach oben gucken, weil beim Rausfahren muss der Bolzen die Öse nämlich berühren. Liegt aber unten auf, dann wird er beim Rausfahren, der Bolzen wird nicht berührt. Schau mal hier. Das sieht dann so aus. Anhänger, Bolzen. Wir werden also den Bolzen gleich nach oben machen. Und beim Rausfahren muss er ihn also berühren, ansonsten geht er nämlich nicht nach unten. Okay, Bolzen. So, wir sind hier fertig. Wunderbar, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Habe mal Film davon? Und nun, auf dieser Seite, jetzt müssen wir erstmal die Stromkabel entfernen. Und dabei ist zu achten, dass man unten an den Hebel zieht. Gut. Und anschließend dann in den Blindstopfen reinsteckt. Dann haben wir hier die Druckluftschläuche hier. Kameramann, hier ist meine Hand. Kameramann, das wirst du schon hinkriegen. So, bei den Druckluftschläuchen, Achtung, den Hebel nicht einfach plötzlich runterziehen, sondern langsam, sonst knallt es. Das sind zwölf Bar, die da rausschießen. Nicht, dass du dann Tinnitus hast. Einfach dort runter hängen lassen, fertig. Jetzt müssen wir einfach nur, zeigt mal auf den Hebel bitte, den Bolzen hoch machen. Und dazu muss er jetzt einfach drauf drücken. Entweder passiert genau das, dass es jetzt nämlich klemmt. Ich mache mal einmal vor, das ist die Öse, das ist der Bolzen, der ist da drin. Und der hat jetzt gerade so ein bisschen. Warum auch immer. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen entspannen. Entspannung sorgen wir entweder dafür, indem wir zum Beispiel hier die Handbremse einmal lösen und auch zusätzlich die normale Betriebsbremse einmal lösen. So, jetzt hat sich das ganze Fahrzeug ein bisschen entspannt. Jetzt versuchen wir es mal. Ziehen nochmal den Hebel. Gut, hat also wunderbar geklappt. Und danach haben wir bitte nicht vergessen, nochmal die Handbremse zu ziehen. Zusammen mit der Betriebsbremse. Wenn das jetzt nichts gebracht hätte, dann geht er nochmal nach vorne in das Fahrzeug und löst da die Handbremse. Das Fahrzeug entspannt sich wieder, die Kombination, dann zieht er die Handbremse wieder an, kommst wieder nach hinten und versuchst dann wieder. Klappt es wieder nicht, warum auch immer, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wenn du besonders viel Pech hast, und bei Tandem Anhängern passiert das vielleicht einmal in, sagen wir mal, 100 Prüfungen, dann gehst du nochmal auf die andere Seite und kurbelst das Bein so ein Zentimeter hoch, ein Zentimeter runter und dann versuchst du es noch einmal. Wenn es wieder nicht geklappt haben sollte, wiederholst du wieder die Bremse dort, die Bremse dort, Bein hoch und runter. Irgendwann wird es schon klappen. Wenn nicht, dann hast du halt ein scheiß Leben. So, dann geht es weiter. Wir haben jetzt also das hier jetzt gemacht. Und dann achten wir mal drauf gemeinsam, dass beim Rausfahren der Bolzen, die Spitze vom Bolzen berührt wird von der Öse. Das können wir jetzt hier zwar sehen, aber gleich in dem Moment, wo du den Motor gestartet hast, wird das Fahrzeug sowieso die Höhe so ein bisschen regulieren und dann könnte es dann wieder nicht klappen. Das heißt also, wenn du damit fertig bist, dann steigst du wieder aus, guckst dir das Ganze an, ob es wirklich unten ist. Gut, dann machen wir das mal. Motor starten. Dann zieh mal bitte so ungefähr 5 Meter nach vorne bis zur Bordstadtkante. Bis zum nächsten Mal. Hier her folgt. So, Kameramann, komm mal her. Wir gucken uns das jetzt an, was wir hier sehen. Wir sehen, dass der Bolz unten ist, der Hebel ist unten und wir haben hier noch einen Sicherungsstift. Dieser Sicherungsstift ist jetzt auch drin und somit sind wir fertig. Das heißt, du sagst dem Prüfer, das war's. Mehr brauchen wir nicht zu machen. Das war Trennen. Trennen ist natürlich ganz einfach. Aus. Also, so, jetzt sind wir Trennen fertig. Jetzt wollen wir verbinden machen. Dafür brauchen wir zunächst einmal einen Fahrer. Komm mal her, mein Fahrer. Das ist Murat. Murat, der Fahrer. Der ist stark, der ist gut. Okay. So, Murat, du sollst jetzt in der praktischen Prüfung den Anhänger jetzt verbinden. Das ist jetzt deine Prüfungsaufgabe. Zunächst einmal musst du dem Prüfer erklären, was du am Anhänger so alles kontrollierst. Das heißt also, du sagst, ich muss, bevor ich überhaupt irgendetwas verbinde, erstmal checken, darf ich überhaupt damit fahren. Das heißt, du kommst jetzt erstmal mit. Wir gucken uns den Anhänger mal jetzt gemeinsam an. Zunächst einmal ist das Nebenlagen neuer Anhänger, ungefähr ein Jahr alt. Aber es ist eine Wechselbrücke. So, bei dieser Wechselbrücke, was sagen wir da? Wir haben hier die sogenannten Pilze. Und die müssen quer zur Fahrtrichtung sein. Wenn wir uns das mal angucken, das heißt so, wie jetzt zu sehen, in diese Lücke gucken, in dieses Loch. Wenn das so ist wie jetzt, dann sagen wir dem Prüfer, diese Pilze sind quer in Fahrtrichtung. Und so müssen die sein. Sie müssen auch gesichert sein. Wir haben hier dafür auch noch eine Sicherung. Guck mal hier unten. Da, die Sicherung ist also vorhanden. So, die Container an sich haben noch Beine, diese Stützbeine. Diese beiden Stützbeine, diese vier Stützbeine, die müssen doppelt gesichert sein. Aber hier und wir haben hier noch einen Hebel. Dieser Hebel muss auch quer in Fahrtrichtung sein. Den können wir auch ziehen, dann ist er längs in Fahrtrichtung. Quer in Fahrtrichtung. Gut. Die Handbremse ist angezogen. Die Unterlichtkeile sind vorhanden. Die Reifen müssen nach einem Tip-Tap-Zustand sein. Nach Möglichkeit über 1,6 mm Profiltiefe. Keine Fremdkörper, keine Beschädigungen, nicht Porös, keine Risse. Die Felgen genauso, nicht durchgeröstet, keine Brüche. Die Radmuttern müssen alle vollzählig sein und alle dann dementsprechend gleichmäßig drin sein. Also eine vernünftige Abfahrkontrolle muss man machen. Das machen wir bei allen Reifen. Die Radkästen, der Rahmen, keine Risse oder sowas ähnliches. Auf der Rückseite, die Beleuchtungseinrichtung muss vorhanden sein und sauber sein. Kontrolle, ob die Beleuchtungseinrichtung funktioniert, können wir erst dann machen, wenn wir das Fahrzeug verbunden haben. Das kommt später erst. Dann gucken wir uns die Sicherheitsprüfung, also SP an. Ob wir noch SP haben, haben wir bis 2019. Die HU haben wir auch bis 2019 und zwar bis März, bis Ende März 2019. Das ist also auch gut. Wir machen die Ladefläche auf, was ich jetzt nicht machen werde, aber den Hebel einfach von oben machen, reingucken, ob da irgendwelche Flüchtlinge drin sind. Wenn nicht, dann ist gut, dann geht es hier weiter. Auf dieser Seite genau das Gleiche wie auf der linken Seite in Fahrtrichtung auch. So, besonders im Winter müssen wir jetzt drauf aufbeißen und dem Prüfer auch sagen, dass wenn da Schnee oder Eisplatten drauf sein sollten, dass wir die natürlich dann auch runterholen müssen. Okay? Das hast du dem Prüfer alles erklärt. Dann sagt der Prüfer, okay, wunderbar, dann gibt es zu, dass du die Fahrzeugkombination verbindest. Da du jetzt so rückwärts fahren musst, musst du unbedingt sagen, ich brauche ein Sicherungsfraß. Dann suchst du jemanden aus, den Prüfer oder mich. Natürlich mache ich dann einen Job. Das heißt, ich stelle mich dann dahin. Sobald ich dir so ein Zeichen gegeben habe, darfst du dann auch rückwärts fahren. Okay? Nun ist es so, wir haben hier die Anhängeröse. Wenn du gleich mit deinem Fangmaul ungefähr 50 Zentimeter entfernt bist, dann musst du anhalten. Das von dort aus zu sehen, ist natürlich sehr schwierig. Deswegen darf ich dir auch dort eine Hilfeleistung, eine Hilfestellung geben. Ich mache die Arme so, wenn wir noch so einen Abstand haben sollten. Und dann bewege ich die Arme dann immer näher, immer näher, immer näher. Und wenn ich dann die Hände so halte, dann heißt es für dich, 50 Zentimeter sind erreicht. Also wir sind genau hier. Und dann solltest du anhalten. Okay? Ich gehe dann auch links von dir und nicht rechts, sondern kannst mich da so im linken Spiegel beobachten. Pause. Wichtig ist, dass der Sicherungspost immer in Sicherheit steht. Darf ich da irgendwo in der Mitte stehen? So, und dann gucken wir uns natürlich das Ganze an. Aber an einem bestimmten Punkt spreche ich meine Arme aus, dann sollte er schon ein bisschen langsamer fahren. Und ich führe gleichmäßig die Arme zusammen. Und er sollte immer langsamer werden. So, das war schon eine ziemlich knappe Kiste. Kuss schon, wenn man etwas älter ist. Komm, Alter, Mann. Das schneide ich raus. So, das sehen wir hier. Wir sind jetzt knappe 50 Zentimeter entfernt. Ja. Das passt genau. Das passt genau. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. Und zwar, guckst du mal bitte die Höhe an. Wie du sehen kannst, ist die Höhe ein bisschen zu hoch. Wir sollten also schon ein bisschen runterkurbeln. So einen halben Zentimeter vielleicht. Einen Zentimeter. Das macht er natürlich jetzt. Geht er auf die andere Seite und kurbelt jetzt ein bisschen. Und dann, wenn er damit dann fertig ist. Noch weiter, 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 weiter. Perfekt. Okay. Kannst du es aber so lassen. Kannst du es so lassen. Du brauchst nicht einzuhaken, weil wir müssen ja so zu lassen. Jetzt hast du noch ein bisschen weiter runtergekurbelt, aber okay. Na ja. Ist okay, komm her. So, jetzt würde er nur noch, genau, einmal aufmachen. Den Bolzen nach oben. So, jetzt können mehrere Probleme entstehen. Zunächst einmal, in dem Moment, wo du jetzt dagegen fährst. Ich weiß ja, wie du fährst. In dem Moment, wo du dagegen fährst, machst du es natürlich so sanft wie möglich. So, wenn du es sanft machst, ist alles gut. Aber das Problem ist, wir haben hier jetzt gerade die Handbremse angezogen. Das heißt also, die Bremsbeläge drücken momentan auf die Bremsscheibe. Das Fahrzeug wird komplett gebremst. Und wenn du jetzt einen Tacken zu schnell da rankommen würdest, würdest du eventuell die Scheiben, beziehungsweise die Bremsanlage beschädigen. Damit das nicht passiert, lösen wir die Bremse, indem wir einfach auf die Buzzer drücken. Das Ganze entspannt sich jetzt. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt dagegen kommst, baust du zwar Druck auf, aber das Fahrzeug kann sich bewegen und dieser Bolzen kann besser rein. Deswegen hast du die Bremse lösen. Aber Achtung, das geht nur auf ebener Fläche. Und wenn die Unterlichte alle vorhanden sind, in der Steigung oder so weiter, würde ich das nicht machen, sonst verabschiedest du dich von deinem Anhänger. Dann wird dann ein Eigenleben entwickelt. Einmal das. Dann noch eine Sache. In dem Moment, wo du jetzt hier verbindest, wird die Öse den Bolzen höchstwahrscheinlich berühren und dann flutscht er rein. Wenn du jetzt die Öse zu tief eingestellt hast, kann passieren, dann kommst du rein und der Bolzen bewegt sich gar nicht. Das ist ein Problem. So, was jetzt gleich entstehen wird, wissen wir nicht. Wir schauen uns das einfach mal an. Du startest wieder den Motor, fährst dann rückwärts heran. Und wichtig ist auch hier wieder, dass wir einmal noch mal sagen, ich brauche immer noch den Sicherungsposten, weil wir wieder zurückfahren müssen. Okay? So. Jetzt. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was jetzt gleich passiert. Weiß ich selber nicht. Komm mal näher. Kameraden. Schau dir das mal an. Handbremse anziehen. Motor laufen lassen. Komm raus. So. Kameramann, komm mal her. Was sehen wir hier? Hat sich noch nicht kein bisschen bewegt, wie du sehen kannst. Warum? Weil er nämlich gerade die Öse zu tief eingestellt hat. Wir haben jetzt gerade die Öse zu tief eingestellt. Deswegen hat er den jetzt nicht berührt. Genau das, was ich jetzt gerade vermutet habe, was passieren kann, haben wir jetzt. In so einer Situation überhaupt kein Problem. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist, du fährst wieder so einen halben Zentimeter vor. 50 Zentimeter vorfahren. Und dann kuppelst du ein bisschen hoch. Okay? Und dann versuchst du es noch ein bisschen. Also jetzt ein bisschen vorfahren. Das kann passieren. Ist halt nun mal so, weil wir schon ein bisschen zielen können. Gut. So, Versuch Nummer 2. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Jetzt haben wir ein bisschen hochgesetzt. So ein Zentimeter. Sicherungsposten steht. Komm. Handbremse anziehen, Licht aus, Motor aus. So, und es hat Bubis gemacht. So, wir sind also jetzt drin. Aber wir stellen fest, dass wir ein kleines Problemchen haben. Und zwar, guck mal mit, Kameramann. Mal gucken, da sehen wir, dass der Bolzen jetzt zwar drin ist, der Hebel hat sich bewegt, ist also nicht mal lotrecht, sondern so leicht geneigt. Aber der Sicherungsstift ist noch nicht drin. Das heißt also, es ist nicht hundertprozentig drin. Kameramann, steh auf. In so einer Situation machen wir vier Sachen. Wir fangen ja so Step by Step an. Erstens, wir ziehen an dem Hebel. Dazu, Kameramann, ziehen. Geht nicht. Okay, wenn es nicht geht, dann haben wir halt Pech gehabt. Zweitens, wir lösen die Handbremse. Da wir hier schon die Handbremse gelöst haben, brauchen wir hier nichts mehr zu machen. Das heißt also, du gehst jetzt nach vorne zum Zugfahrzeug und löst da die Handbremse. Und dann entspannt sich die Kombination wieder. Und dann könnte es vielleicht klappen. Manchmal klappt es manchmal nicht. Schauen wir mal. Er ist jetzt da drin. Aha, das ganze Ding hat sich bewegt. Manchmal bewegt es sich mehr, manchmal bewegt es ein bisschen weniger. Und wenn ich da ein bisschen missbraucht. Okay, wir checken das jetzt einfach mal. Gehen wir da hin, ziehen mal wieder an dem Hebel. Wir sind immer noch bei Schritt zwei. Ach, lass, was machst du? Hör auf, nicht drücken. Du darfst nicht drücken, sondern nur ziehen. Geht wieder nicht. Ich glaube, wenn du noch einmal ziehen würdest, würde es sogar gehen. Aber wir machen das mal nicht. Weil wir haben noch drittens. Das heißt also, es geht wieder nicht, sagen wir mal. Obwohl es jetzt eigentlich schon klappen könnte, wenn er noch ein bisschen kräftiger ziehen würde. Drittens, wir gehen jetzt wieder auf die andere Seite. Und dann kurbelst du einfach das Bein ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Und zwar nur einen Zentimeter, einen halben Zentimeter. Und wir achten mal hier auf die Öse. Komm mal her, komm mal hermann. Wir kurbeln jetzt also gerade. So. Okay, dann komm mal wieder hier hin. Warte, ich mach das mal. Geht nicht. Okay, manchmal geht das. Jetzt geht es aber nicht. Und das vierte, was wir jetzt machen, und das ist der letzte Schritt. Dazu müssen wir das Stützbein einmal fünf Zentimeter anheben. Wo bist du? So, fünf Zentimeter anheben, das Stützbein. Ja, okay, stopp. So, dann würden wir noch einmal kurz testen, wenn es geht, dann ist es super. Wenn es nicht geht, dann geht es weiter. Wir sind immer noch bei viertens. Komm mal bitte auf diese Seite. Wir müssen jetzt nun mal den Anhänger ein bisschen bewegen. Okay, das heißt, das klemmt irgendwie. Manchmal klemmt das halt bei diesen Tandem-Anhängern, bei diesen Star-Deixa-Anhängern. Klemmt das deswegen Schritt Nummer vier. Wir haben also fünf Zentimeter angehoben, und jetzt kommen die Unterlegkeile weg. Und zwar einen Meter davor und einen Meter dahinter. So, wunderbar. Und jetzt vergewissern wir uns, dass wirklich auch die Bremse gelöst ist. Wir drücken also noch mal. Alles klar, die Bremse ist also gelöst. Gegen eine Bremse, die angezogen ist, fahren wir nicht los. So, jetzt musst du einfach nur vorne nicht reinsetzen. Und dann fährst du ein Stückchen vorn, wirklich nur einen halben Meter, und dann haust du einmal auf die Bremse. Und Sicherungsposten sagst du natürlich auch noch mal. Das, was du startest jetzt mit dem Motor, klappt definitiv. So, der Fahrer ist jetzt drin. So, ich zeig mal da hin. Bleib hier. So, der Sicherungsstift ist noch. So, bewegt sich. Und Stopp! Ja, das war zu schwach. Ein bisschen weiter vor und dann hart bremsen. Stopp! Okay. Handbremse anziehen, Motor aus. So, Kameramann, komm mal mit. Guck dir das an. Der Sicherungsstift ist jetzt ganz drin. Das geht eigentlich nur, indem du ein bisschen vorfährst und dann kräftig auf die Bremse truchst. Jetzt kräftig Gas geben brauchst du jetzt nicht unbedingt. So, Hammer! Ist drin. Hast du geschafft. Super. Jetzt kommen die Unterricht keine nur noch da drunter. Du gehst auf die anderen, du wirst es noch passieren. Du gehst auf die anderen, du gehst auf die anderen, du gehst auf die anderen.